Ich hasse diese ADC mit Meta, man. Es geht bis auf den Sack. Das kannst du vergessen. Es wird bis zum neuen Patch irgendwann, wenn die es ändern. Ja, die werden danach ADCs nerven, habe ich nicht gesagt. Ja, oder irgendwie fail-not-nerven, dass es sich nicht mehr lohnt oder so. Was haben die Minions? Wie schnell seid ihr? Okay, Heidic, dann müssen wir herausfinden, wer das ist. Ich habe eine ISIS auf der Solo-Lane. Das ist ja Fail-Up-Speed-Buff, Alter. Oh shit, das ist nicht Pull-Mit-Nices. Ich lauf zum Loop. Ja, ich habe eh kein Clear, Digga. Ja, scheiß drauf, geh einfach an die Kante, damit du noch eine Farm kriegst. Ja. Easy. Nee, Anfina-Solo ist stark. Ich muss nur den Early überleben, weil... ...Lanklear sei es nicht so gut erwarten. Das Problem ist halt nur ISIS mit ihrem Silence. Ja. Das könnt ihr ein bisschen reinscheißen. Und mit ihrem Lanklear. Ja. Obwohl ich jeder Einzimmer mit meiner Zwei parten kann. Ah, kein Mana. Halt's Maul. Okay, die Name hat schlecht gefahren. Du, bist du Lebensbüde, Bruder? Komm schon! Nein! Nein! Haben sie gebiets? Ah! Nee, aber... Ich glaube, ich habe mit meiner passive ihr sie einmal getroffen. Ja, aber... Achso, warte mal. Sie wurde doch getaunt, Mann. Ja, sie wurde getaunt, dann habe ich sie nochmal mit meinem Speer abgeworfen. Du kriegst doch immer so eine... Ja, dann hört doch der taunt nicht auf. Doch, klar. Echt? Jeder... Sie hört auf, wenn du den Gegner triffst. Nein, Digga. Weil ich... Wenn ich die taunte, ich mache sogar noch Autotecks auf die normalerweise. Oder behindert. Ja, aber vielleicht nicht bei Level 1 taunt. Okay. Die ist gerade beim Blue. Guck mal... Ich guck mal kurz, ob die zurückkommt. Ich habe kein Mana, Digga. Ich muss backen. Achso, ja, okay. Die ist je full life, Digga. Ich will hier eigentlich Level 5 werden. Ja, die hat Blue Buff XP mitbekommen. Achso. Ja, stimmt. Bro, du wirfst eine komplette Wave in der Midlane weg, nur um zum Red Buff zu gehen. Digga, Red Buff. Richtig, richtig, richtig. Wo der stirbt daran. Was? Der schwirrt... Was? Was? Total bescheuert. Ich verstehe diese Leute. Alter, inspekt doch du uns. So, jetzt habe ich Boots und jetzt kann ich auch clearen, Alter. Äh, ISIS bei 20% Leben. Ja, ja, ich bin auf der anderen Seite. Ah ja, okay. Kein egal. Egal, ich habe einen Kill bekommen, alles. Digga, ich bin nur nicht gestorben. Alter, krank. Bro, deine Rotations machen keinen Sinn. Du meinst gegen uns gewettet. Da hast du es verdient, dass du die verlierst. Nice. Ähm, wenn es Rates nicht mehr gibt, komm dann nach links, okay? Weil ihr Blue kommt gleich. Da können wir sich safe killen, Alter. Ja, ich muss aber jetzt erst noch zurück, also. Okay. Ich gucke, wann ich nach... Ja, dann machst du eine Route zu Speed. Ey, hast du Green reingetan in die Playlist? Green? Ja. Was ist das? Keine Ahnung, das ist ein Musiker. Da sind komische Lieder dabei. Achso, warte mal, das wurde vorgeschlagen. Ich denke gerade. Achso, ich dachte schon. Von mir ist das nämlich nicht. Ach, die ISIS hat gar keinen Teleport. Ach, Bruder, dein Blue ist sowas von mir. Oh, die hat schon gemacht. Verdammt. Die Isis ist bei 40 Prozent. otive Sie hat ihren Blue? Ja, hat sie. Sie hat jeder eins benutzt. Okay. Ich benutze gleich jeder zwei. Du kannst drauf. Nice. Der Ganesha und Bakus kämpfen da. Ah, dann kommt es hier. Oh, okay. Die hat ihren Blue gedroppt. Komm zu deinem Blue nach der Wave. Ja. Uh, Klavier-Song ist die beste. Aber leider höre ich die Lieder nicht heilig. Weil ich ja parallel auch aufnehme. Deswegen. Da kann ich keine Musik laufen lassen. Sonst kommt immer Youtube mit. Uh, uuuh, hier über rechts. Ich bin scheiße. Das kann immer nur einer über den Bot hören, weißt. Oh, schöne Ulti, Digga. Digga, kommst du nach rechts zufällig? Ne, ich hab keinen Mana. Verdammt, Alter. Das ist schwer, wir hätten alle killen können. Bacchus kommt, aber. Nice, nice. Oh, dieser Rama. Dafür verliere ich fast meinen Tower, aber ja. Ah, der war ja eh schon dort. Der war eh schon verloren, Digga. Ne, für einen Double Kill für Rama ist schon okay. Jaja, du hast ihn auch noch nicht verloren. Eben. Ah, ich hab ja vergessen, dass Isis jetzt ihren scheiß Schild hat, halt. Sie hat ein Schild? Ja, mit ihrer 3. Die gibt jetzt nicht mehr Protection-Debuffs, sondern gibt ihr ein Schild. Isis hat kein Ulti mehr dabei. Ich hab jetzt nichts, was ich mit dir machen kann, ne? Aber. Okay, dann verliere ich jetzt den Tower. Außer die ist so behindert und backt. Okay, die ist echt behindert. Digga, meine Gangs sind grad alle. Mua! Mua! Okay. Ja, der Tower ist weg. Ja, scheiß drauf. Kannst du's machen. Mua! Puh! Ich bin so gut! Nice! Oh shit, war das grad knapp, Digga. Ah! Verwirklich, Scheiße. Ja, dauerhaft nen Piepton, gell. Klar, und das wollt ihr dann anschauen, gell. Dann krieg ich nur Beleidigungen in den Kommentaren. Das ist ja sowieso schon asozial, wenn da noch nen Piepton kommt. Ist halt echt so asozial, wie ich bin, Digga. So richtig asozialer Türke bin ich anscheinend. Wusste ich gar nicht. Digga, der Rahmen hat eskaliert. Er ist tot, Digga, was wir jetzt skalieren. Ja, ja, aber er hat ja noch einen getötet. Wo sind sie, Minion, ich bin nämlich rechts. Alles gut. Ich bin in der Mitte. Ja, wie wärs, wenn du nach rechts kommst? Das mein ich. Ne, ich töte jetzt nicht. Janus. Okay. Oder auch nicht. Der HuYi ist gesprungen. Er hat keine Beats mehr. HuYi rechts fast tot, Digga. One-Shot. Okay, tot. Nein! Schade. Egal, wir kriegen den Tor. Leute, so bist du auch echt sehr drauf. Alter, ich mach nichts anderes, als am Bahnhof zu chillen, sowieso. Everybody taht dann? Ich mach nichts! reich meine Güte, die stehen! Leute, solche Menschen, wie auchòli. Wir sehen uns hier, die ganze Gruppe-K når wir runterr關iert, inventor, oder? ist die links oder was nicht mehr aber die hat ganze zeit gesplitpust während ich rechts war diese hude jetzt ist so der klassische fall er denkt er kann alles machen ja und dann jetzt ich glaube der fiedet alle zuein nein Du hast nen Dash? Ja Wenn ich nicht 17 mal gesilatet werde hier, Digger Nein Alles gut, alles gut Nee, du hast mein Dash mit deiner Wall weggemacht Okay, nice Stabil Ist hier, äh, nee, Speed ist wahrscheinlich nicht da Oh Gott, Bruder Uh, ist sie Ist sie Hm, ein Blue Buff Haha, Heidi Sag Tschüss zu deinen Punkten, du Hund Wir müssen gar nicht dort So So Brauchen wir denn Oh, Wartier! Your right tower is under attack. I like it. Okay. Da-da-da-da-da-da-da. Siehst du, Wolf? Ehre zahlt sich aus. Jetzt denk mal drüber nach, was das über Heidegger aussagt. Null Ehre, der Junge. Ja. Das war eine totale Zerstörung rechts Hast du Teleport? Ja, ich bin links Was soll ich denn das eigentlich machen? Ich dachte wir werden auf der Arbeit geknächtet Alter Oh man Die denken, die können hier Pyro machen Digger, halt's Maul, die haben mich doch gestanden Traurig Oh sie haben die Beats Ah, fuck me Bakos geht ein Retreat, okay Sorry Ah, der hat meinen Tod aufgehalten Oh shit, du musst weg Ah, das ist Ulti, stimmt Nice Hä? Nein, der Hammer war vor mir Alter Die, die Splitpushen halt die Scheiße aus unserem Tower, ne? Ah, könnte man auch von den Fuckficken Ganesha zu chasen Hallo Hi I like it Ward, middle Die Gegner haben einfach mehr Tau als wir geholt. Ja, die splitpushen auch die ganze Zeit wie Hunde. Ja. Der Fettsack ist hier alleine. Ja, ja, längst immer ab wenn du kannst. Ja, der folgt noch nie an uns. Lauf, lauf, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück. Kommt ihr zu uns? Für mich? Ne, das ist gut. Ja, ja. Nice, Mann. Shit, ich brauche Hilfe. Scheiß, der Mist ist, Digga. Scheiße, Mann. Oh, nice. Ja, sieht nicht so scheiße aus. Ja, aber Janos, die räumt jetzt auch. Wenn unsere EDCs was treffen würden. Nein, nein, nein. Einfach nur abhauen, Leute. Wetten wir, der killt den doch. Nein, Mann, der schafft es nicht mehr. Der hat keine Wana mehr. Ja. Ah, er hat gerade seine Hand bekommen. Der hat zu viel gehealt. Oh Mann. Was? Okay. Ich will mal pausieren, den Scheiß brauchen wir nicht. Wieso lässt es zwei Minuten wieder zu? Ah? Zwei Minuten, zwei Stunden. Das Piano ging zwei Stunden, Alter. Haben wir da nicht eingeschätzt, dass es das nicht zulassen soll? Doch. Servus, Reaper. Alles fit. Ey, es ist traurig, wenn wir das Game jetzt verlieren. Wenn wir es verlieren, dann weil die Spasten die ganze Zeit kämpfen, Alter. Ey, Link, was geht? Alter, wenn der Uldre nicht zurückkommt. Ja, ich mag es. Zeig den... ... ... ... ... Kann ich auch ulti? ruf rechts dieses game quatsch mich jetzt schule split pusher alter keiner merkt alle ehrenlos spiel alter wenn wir das echt noch verlieren dann krass dich aus oder mann verfickter uller er hat eh die ganze Zeit reingeschossen aber ich bin jetzt doch so gut ohne witz Ah, save this lead kommt von Tim. Hast du Ulti? Ja. Gleich, jetzt. Ulti auf Bakustan, wenn du kannst. Ah, weiß nicht. Oh, wenn der mit ist. Töte diesen Bastion. Der hat keine Beast mehr. Nice. Ich glaube, Janus. Ah, der ist durchgeportet. Ja, Lenk mal, da ist es halt, wenn du kannst. Ja. Oh, yeah. Wie viele noch? Ey, servus, dumme. Noch 10% kannst du weggehen. Nice. Rescue in the Minions nicht durch, nämlich. Oh, Lee. You've been right, Lee. Ahem, ahem. That should cover my vital parts. They are, Butts. Was ist das? Wir müssen rechts posten, die gehen. Eistens ist links. Hast du Ulti? Ja. Okay. Eistens ist auch da. Was machen wir? Und pushen. Lass links angreifen. Oh, das ist mir. Das ist nicht so nett. Gibt es jemand Dungu? Ja, kann ich schaue dir. Ja, pushen doch. Das war, glaube ich, Janus Beats gerade. Okay. Nemesis in der Mitte. Aber hier ist Nemesis hinter uns. Ja, ja, ja. Gut, er ist down. Okay, Schleiter, ich will shoot, ich will shoot. Alles gut, alles gut. Ja, ja, alles gut. Rama, kannst du mich hören? Ich will einen stabilen Taunt von dir, Bruder. Auf wen? Alle, so viele wie geht. Ne, nur Ganesha. Geh auf die anderen. Äh, alles ist Ulti. Okay, zurück, zurück, zurück. Zu viele Ultis. Ja. Egal, wir haben hier Ultis bekommen. Wuh! Janus Ulti. Ja. Verfolgen die dich. Ja. Okay, Nemesis hat auch. Okay. Okay. Enemies at the Gold Fury. Cancel that. Boah, Fick Erika, Alter. Jetzt habe ich das gerade nicht gebraucht. Oh. Haha. Ah, jetzt ist es, jetzt ist es. Yo, yo, kommt um. Ich hab gestunnt, und dann ist das in Durst. Ja, aufgeräumt. Nein! Geht zurück, ja, ist gut. Ich hoffe einfach, dass ihr den Phoenix verteidigen könnt. Ah, das ist einfach nur dieses 5 gegen 4 gerade. Ja. Die sind so weg, Mann! Ja, das könnt ihr verteidigen, das könnt ihr verteidigen. Ja, ja. Ok, hopp. Oh, der haut rein. Ja, ok, müsst ihr aufgeben. Gebt's auf, gebt's auf. Jetzt können wir hier rechts pushen. Ey, so unverdient. Oh, meine Fresse, Mann. So unverdient! Fuck! Dieser Huren von Ulle, Alter. Reportet diesen Hund, Alter. Ja, ich schwör's dir, ey. Oh, Mann! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Bedeutung. Fickt euch! Vielen Dank.